Das Netzwerk ist einfach unglaublich, wie viele Menschen du kennenlernst und auf diese besondere Art und Weise in diesem Ambiente ist schon sehr, sehr besonders. Aber auch die Vorträge, ich habe selten erlebt, dass man so gut ausgesucht hat und die Vorträge wirklich berühren und wo man wirklich was mit nach Hause nehmen kann. Das Highlight ist eigentlich so die Reise, wie schon das Ankommen, die ersten Treffen. Also ich finde das aus Eventsicht, was ich ja schlussendlich auch bin, ist das so von A bis Z perfekt und der E-Punkt ist definitiv bei dieser Veranstaltung zu sehen. Ja, unbedingt. Und ich habe schon mit Frau Vollberg gesprochen. Ich würde es auch der jungen Zielgruppe unbedingt weiterempfehlen, weil es total einen Mehrwert hat, weil man von erfahrenen Manager und erfahrenen CEOs sehr, sehr viel lernen kann. Aber beim nächsten Mal versuche ich doch ein paar auch aus der Jugend, aus der Startup-Szene und Jungunternehmertum mitzubringen.